Auf Anweisung meines Chefs soll ich im Büro jetzt immer eine konservativ weiße Blüse tragen, die mit einem eleganten schwarzen Rock und mit schwarzen Schuhen zu kombinieren ist. Über die Rocklänge gibt es keine Vorschriften bei uns. Wir sind im Büro jetzt auf alle Säge, die mit einem Lüge und einen Schlagzen ermee nimmt. Vielen Dank.